Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Wir sind wieder am Start. Wir sollen jetzt hier den Kran noch zerstören. Das machen wir auch hier zurück, auf jeden Fall in diesem Part. Aber dafür holen wir natürlich wieder unsere Jungs. Der ist tot. So, schiebt den Arzt in den Auspuff, genau. So. Die jagen da unten gerade noch, die anderen... Hör, was? So, ich muss mich wieder heilen. Der muss jetzt hier runterkommen, ne? Tot. So, die ganze Munition... Bzw. durch die ganze Munition und Hane, man muss ja das Geld erstmal vor allen Dingen einfach... Äh, was? Ich schieße den da noch auf mich. Hä? Die sehen wir gar nicht als Feinde so weit angezeigt. Ich sehe ihn! Wir haben einen Mann verloren! Das ist noch ein Paket. Die scheiße haben wir ihm zu verdammeln. Los geht's! Könnt ihr noch was? Geht mir aus dem Weg! Gleich geht's dir an den Kragen! Geht mir aus dem Weg! Ich hab dich gesehen, du Arsch! Was ist hier noch einer? Was ist hier denn? Ich sehe mich fast gar nicht als Feinde war. Moment haben wir ihn nicht auf der Karte angetreiftet. Was ist das denn? Ja, super! Oh, wir sollten die Tulis verschwinden. Ja, sind raus. Und tschüss! Der Kran ist down! Aufgeräumt! So, die Schadenzumme ist erreicht. Ich will mir aber natürlich doch das Ding hier angucken. das Gebiet nochmal mal genauer anziehen. Könnt ihr zu Lenny Davis gleich zurückkehren? Aber wie gesagt, nochmal. Ich guck mir die Sachen gerne auch noch an. Ich vermute, dass wir das da hängen. Ja, können wir vielleicht irgendwann mal mit diesem Partner oder nächsten Partner. Ich weiß noch nicht. Aber ich guck mal jetzt erstmal natürlich hier das Gebiet an. Dann sammle ich mir da auch nebenbei das Geld ein. So, die meiste Kran liegt oben. Zack, zack, zack. Dann war das alles mit. Ich weiß, wofür der kanzig heißt, äh, äh, am Ende Gutes. Wie gesagt. Dann sag ich halt, einen Schläger-Trupp einzusammeln. Oder wie gesagt, anzufordern. Da ist noch Geld und da ist noch vorliegende Notiz. Notiz lesen. So, das waren wir auch wieder 800 Dollar. Haben wir da nicht, haben wir jetzt noch irgendwas oben. Ich nehme mir hier gerne alles, was hier so rumliegt, mit. Warte mal ein bisschen, mal gucken, dass wir nochmal hochkommen. Ich komme da hoch irgendwo. Warte mal, da ist eine Treppe. Warte mal, wirklich hier nicht irgendwo noch. Gibt es ja nicht noch irgendwie eine Zusatztreppe oder so, wo man dann nur noch hochgehen kann. Ja, ja. Da ist noch Geld. Nicht 500 Dollar, immerhin. So, da oben ist vor allen Dingen nochmal... Warte, kommen wir hier nicht hoch? Ne, kommen wir nicht hoch weiter, ne? Oder kommen wir hier? Ne, warte mal, hier ist noch Geld. So, das ist das alles. Aber unten müsste noch irgendwo was sein. Mal eine Etage tiefer. Hier ist noch Geld. Hier ist noch ein Erste-Hilfe-Set. Und nochmal eine Etage tiefer ist auch noch irgendwo was. Ich war mir da ein bisschen zu hoch gegangen. Hier ist noch eine schusssichere Weste hier hinten irgendwo. Warte mal, wo ist denn die? Oh, die müsste aber hier wohl sein. Moment. Ne, ist hier in dem anderen Raum. Das ist im Nebenraum. Alter, hier bin ich vielleicht ein Bier, ne? Da liegt noch das Geld. Und da ist der Kästchen. Okay. Haben 500 Dollar. Haben oder nicht haben. So, dann müssten wir eigentlich auch alles soweit mitgenommen haben. Ich glaube, da sind wir soweit durch. Weil immer da hinten ist noch Geld. Das weiß ich auch. So, haben oder nicht haben. 500 Dollar. Wie so? 1000 Dollar haben wir eben nebenbei mitgenommen. Die Kohle können wir nämlich später nochmal gut gebrauchen. So. Ja. Und dann haben wir es, ne? Dann ist das Ding hier einmal kurz aufgeräumt. Na ja, ungefuckt ist bei Treten. Okay. Da ist es mir hergestellt. Oah. Auf der Stadt kommen Meldungen rein wegen eines bewaffneten Flams mit den Einheiten im Einsatzgebiet. Bitte bestätigen. Ah. So. Jetzt müssen wir die Cops mal eben kurz verschwinden. Tag auch, mein junger Bruder. Moin. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Äh, Moment. Ich brauche in erster Linie mal mein Geld. Und dann muss ich natürlich noch... Ich sollte in der Endstadt was von dem Geld loswerden. Bin gleich da. Da sind mal wieder 7.500, ne? Irgendwas, das ich für dich auch bewahren soll. Bonsoir, Chef. So, dann brauche ich nochmal Munition. Ich bin in der Endstadt und bräuchte Nachschuld. Ich mache mich schon auf den Weg zu dir. Ja, das ist nett. Tschüss. Und da kommt der nächste Hilfsdienst. Wenn du was brauchst, sag mir Fischheit. Zeig, was du auf Lager hast. So, ich würde schon beruhig keine Pistolen, weil ich auch welche Waffen könnte ich gut gebrauchen. Okay, dann haben wir soweit aber alles. So. Nö, ich bin aber zufrieden mit dir. Ich hoffe, du bist zufrieden damit. Definitiv. Und tschüss. So. Dann haben wir das soweit auch. Mal kurz auf die Uhr gucken. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Und sollen zu dem Kollegen Lernie Davis noch zurückkommen. Okay. Dann können wir wahrscheinlich im nächsten Part dann den großen Knall machen. Dann können wir uns nämlich dann nach dem Boss holen. Wäre noch ein Helfer. Okay. dieser Idiot bittet gerade zu danken. Hab ihn! Hier drüben! Er schießt ihn! Natt! Siehst du hier irgend... Hör mal, du Arsch! So, der ist tot. Na, die machen wir klein heute. Ja, Mann, lad doch! Ja, meine Frisur. Ich schieße mich aber, ich bleibe die mal ein bisschen sitzen. Aber ich habe die Typen geholt. Das ist das Wichtigste. Ich hätte wahrscheinlich auch alle vier geholt, aber er wollte dann, während der andere auf mich geschossen hat, sitzt bleiben. Naja, in erster Linie ging es mir aber um die Typen und nicht um was anderes. Das Gute ist, ich habe genug Erbkommen im Bergraum. Und jetzt sind wir da. Ja gut, das können wir für kleine Schmerzen. Gut. Und das andere machen wir dann im nächsten Part. Bis dahin war die Ratschen ist hinüber. Und Mr. Kahn.